Und mittlerweile geschaffen, die ein extrem negatives Klima schafft für den Verbrennungsmotor, für den Diesel. Das Ganze wird argumentiert einerseits mit den Luftschadstoffen, die würde ich aber heute gerne nicht ansprechen wollen. Die Luftschadstoffe sind ein eigenes Thema, das haben wir auch separiert. Wir werden dazu auch nächste Woche noch mal was sagen zum Thema NOx. Unserer Ansicht nach und nach Ansicht aller Experten, die wir im Bundestag gehört haben zu diesem Thema, ist das Thema Luftschadstoffe weitgehend gelöst für die Zukunft. Das betrifft eben, wie gesagt, nur noch das aktuelle Thema der Fahrzeuge und eventuelle Diskussionen um Fahrverbote. Wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Thema CO2-Emissionen des Pkw-Sektors und was die aktuellen Regulierungen, die die EU plant, für die deutsche Autoindustrie oder für die Autoindustrie generell bedeuten. Und das ist meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach im Arbeitskreis der AfD-Fraktion sehr viel entscheidender als die aktuelle Diskussion. Das ist vielen Leuten nicht klar geworden. Wir hatten dazu eine öffentliche Anhörung im Bundestag. Und über die CO2-Emissionsregulierung, die da kommen werden über die EU, die momentan Diskussionsstand sind, gehen wir davon aus, dass das zu drastischen Veränderungen in der deutschen Autoindustrie führen muss. Befürchten wir, wenn die so umgesetzt wird. Und deshalb haben wir hier heute Alternativlösungen dazu entwickelt. Wenn man global betrachtet, dann haben wir weltweit einen anthropogenen CO2-Ausstoß von 802, in Deutschland haben wir 802 Millionen Tonnen, davon 163 Millionen Tonnen auf den Verkehrssektor. Das sind, die sind auch weitgehend konstant über die letzten Jahre. Das ist ja das Argument, weshalb man diese Normen verschärfen muss, vor allen Dingen für Pkw. Global betrachtet sind das aber nur 0,5 Prozent der CO2-Emissionen. Das heißt also, tatsächlich ist es so, dass wir damit auch global einen nicht allzu großen Hebel haben, wenn wir diese Emissionen komplett auf Null ziehen würden. Die CO2-Abgasgesetzgebung der EU zielt vor allen Dingen auf den flotten Durchschnittsverbrauch ab. Der ist momentan tatsächlich ungefähr bei 130 Gramm CO2 pro Kilometer der neu zugelassenen Fahrzeuge. Die Vorgabe nach einem Testverfahren, das mehr Optimierungsmöglichkeiten für die Autohersteller lässt, nach dem NEFC-Verfahren gemessen. Jetzt gibt es ja ein neues Testverfahren, das heißt WLTP. Und damit werden die Autos sehr viel realitätsnäher getestet. Das heißt, im Klartext, sind wir mal ehrlich, natürlich gehen die Verbräuche, die man damit feststellt, erst mal hoch. Das ist auch von allen Experten so angedeutet worden. Da können wir darüber diskutieren, wie viel. Wir haben dazu mal Werte von Opel genommen, um das mal transparent zu machen. Und da ist es so, dass bei diesem Opel, den wir da als Beispiel gerechnet haben, ich habe es hier auch in den Unterlagen drin, da geht er bis auf über 200 Gramm hoch und hat heute glaube ich knapp 130 Gramm nach NEFZ und er geht auf über 200 Gramm nach WLTP hoch. Das, ich sehe gerade, das haben wir hier rausgekürzt, können Sie aber gerne, liefern wir gerne nochmal nach, steht Ihnen da auf der Opel-Website. Fakt ist auf jeden Fall, dass aus dieser Rechnung raus erstmal, wie gesagt, durch das Testverfahren die Verbräuche alle hochgehen werden. Und dann gibt es ja Strafzahlungen. Und zwar fast 100 Euro pro Gramm, was ein Hersteller überschreitet. Jetzt kann man das unterschiedlich diskutieren. Es sind 95 Gramm exakt genommen. Und jetzt kann man immer argumentieren, ja, das ist ja der Durchschnittsverbrauch. Wenn Sie als Hersteller aber nur noch Opel Astra verkaufen würden, also keine Corsa und keine größeren Fahrzeuge, dann würde dieser Astra tatsächlich, ist ja ein mittleres Fahrzeug, deshalb habe ich ihn ja genommen, für den Hersteller Opel würde das bedeuten, dass für diesen Astra mit dieser gültigen Regelung Strafzahlungen an die EU fällig werden, die sich in Größenordnung von mehreren tausend Euro, numerisch haben wir hier 2500 bis ungefähr 10.000 Euro Strafe pro Auto fällig werden. Und das würde ganz einfach bedeuten, dass diese Autos entweder gibt der Hersteller den Kosten weiter an den Kunden und damit ist das Auto unverkäuflich oder quasi unverkäuflich oder der Hersteller übernimmt einen Teil der Kosten und damit geht seine Marge runter. Das heißt im Klartext, auch wenn man das vielleicht nicht so ganz klar ausgesprochen hat, diese EU-Regulierung, die ja dann auch noch sukzessive Verschärfung beinhaltet in den Folgejahren, also es geht ja dann noch weiter runter, führt de facto zum Ende des Verbrennungsmotors. Und zwar nicht im Jahr 2030, sondern eigentlich sofort 2021. Und das ist etwas, wo ich denke, ich stelle ja heute fest, dass hier nicht so viele da sind, das ist schon mal entscheidend, dass hier durch eine Gesetzgebung, die genauso wie die NOx-Debatte völlig unverhofft dann auf uns zukommen wird 2021, wenn wir dann feststellen, dass die Autos alle mehr kosten und die Autoindustrie quasi vor dem Ruinen steht, finde ich das unverantwortlich, dass dieses Thema heute eigentlich nicht in der nötigen Breite diskutiert wird. Deshalb haben wir gesagt, wir machen heute da mal eine Preiskonferenz zu. Bei dieser öffentlichen Anhörung kam raus, dass es praktisch keine Möglichkeiten der Industrie gibt, auf technischem Wege diese Verbrauchsziele zu erreichen für Verbrennungsmotoren. Zumindest nicht, wenn man die Fahrzeuge so belässt, wie sie heute sind und keine Verzichtsautos baut, also kleinere Fahrzeuge. Das war die einzige Einschränkung, die gemacht wurde, dass man eben sagt, okay, wenn man sich unterhalb der Golfklasse oder bis zur Golfklasse bewegt, dann ist das durchaus möglich. Interessant und das würde ich gerne nochmal herausstellen, war die IG Metall, die das auch ganz klar gesagt hat. Das, wie gesagt, war eine öffentliche Anhörung. In Europa sind Fahrzeuge oberhalb der Golfklasse nicht mehr realisierbar. Und dann kam das, was ich am überraschendsten fand. Da sagt dieser EG Metallmann, der war nicht von uns geladen, sondern war natürlich von der, ich glaube, von der SPD war geladen. Das ist das Ende der deutschen Autoindustrie. So ganz locker drüber weggehen. Und ich habe übrigens auch mit unserem Kanzleramtschef gesprochen. Der hat das auch so antizipiert. Das heißt, in unserer Regierung ist es bekannt, dass mit dieser Regelung, die hier in der Diskussion steht, ein massives Problem für unser Land auf uns zukommt. In drei Jahren. Und wir tun so, als gäbe es dieses Problem nicht. Ja, also diese 95 Gramm CO2 als Durchschnittswert führen eben dazu, dass da massive Strafzahlungen kommen. Es gibt, wenn man das sich genau anguckt, wie gesagt, keine technischen Optionen, das für den Verbrennungsmotor zu lösen. Das heißt, die einzige Lösung, die dann wahrscheinlich auch so kommen wird, ist die Elektrifizierung. Das heißt, es werden massiv Elektroautos von den Herstellern in den Markt geworfen werden. Diese Elektroautos führen natürlich nicht dazu, die werden als Null-Emissionsautos gerechnet. Die führen natürlich nicht dazu, dass eins zu eins Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben. Und es hat noch einen ganz anderen Effekt, über den man ungern redet. Diese Elektroautos werden einfach nicht die gleichen Funktionen und Leistungsdaten haben, wie die Verbrennungsmotorischen Fahrzeuge. Es wird günstigere Elektroautos geben. Die werden aber eine sehr eingeschränkte Reichweite haben. Also für den praktischen Nutzen einen erheblichen Nachteil bedeuten. Und es wird vor allen Dingen im hochpreisigen Segment wird es natürlich dann auch eine Elektroautovariante geben, die entsprechende Reichweiten hat wie heute. Aber wir halten das für hochgradig unsozial, weil durch Elektromobilität werden, sag ich mal, nicht so begüterte Bevölkerungsschichten und Leute, die auf ihr Auto angewiesen sind, auch gerade in der Fläche und die als Pendler auf ihr Fahrzeug angewiesen sind, werden gezwungen, erstens ein neues Fahrzeug anzuschaffen. Ja, und das ist schon mal ein erheblicher Preisbaustein. Und zweitens auch die Infrastruktur für diese Fahrzeuge anzuschaffen. Und wenn Sie mal mit den Verteiler, also Elektroverteilernetzbetreibern sprechen, dann erfahren Sie, das ist überhaupt gar nicht möglich in vielen Wohngebieten, diese Ladestationen in der Breite einzurichten. Das heißt, de facto führt das Ganze zu einer Demobilisierung des Individualverkehrs. Also der komplette Umstieg auf Elektromobilität. Wie gesagt, da gibt es kein Gesetz, das das Ende des Verbrennungsmotors in Deutschland de facto vorschreibt. Aber durch diese EU-Gesetzgebung wird es eigentlich 2021 bereits eingeläutet. Und da sind wir der Meinung, das ist weder für unser Land zielführend, für die Bevölkerung, weil wir beide Teile der Bevölkerung ausschließen von Mobilität, noch für unsere Industrie förderlich. Und wir haben uns da eben auch informiert und schlagen hier eine Alternative vor. Und die Alternative, die wir jetzt vorschlagen, sieht so aus, ich weiß nicht, ob Sie den Begriff schon mal gehört haben, Synthetic Fuels oder Electric Fuels, E-Fuels genannt. Das sind Kraftstoffe, die ganz banal gesagt aus CO2 oder aus Abgasen hergestellt werden. Sie können ja CO2 wieder umwandeln in Kohlenwasserstoffketten und dann fahren Sie das CO2 eigentlich im Prinzip im Kreis. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Das ist ein Konzept, das immer wieder propagiert wird. Und das führt im Endeffekt dazu, dass Sie mit einem Verbrennungsmotor genauso CO2-neutral fahren wie mit einem Elektrofahrzeug. Sie können das aber auch mit einem zehn Jahre alten Fahrzeug und Sie können das zu kompetitiven Kosten. Das heißt, Sie als Kunde tanken an der Zapfsäule CO2-neutralen Sprit. Und wenn Sie den verbrennen, kommt kein CO2 mehr in die Atmosphäre. Das heißt, der Effekt für die Umwelt ist genau der gleiche, wie Sie ihn erreichen würden, wenn Sie regenerativ Elektrofahrzeuge betreiben. Das ist deshalb so charmant, weil wir dadurch das Problem der Infrastruktur komplett lösen können und weil wir damit auch ältere Fahrzeuge und damit auch weniger begüterte Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geben, trotzdem CO2-neutral unterwegs zu sein. Und das ist wie gesagt eine rein technische Sache. Das müssten wir in der entsprechenden Größe herstellen. Das ist alles kein Hexenwerk. Und wir hatten da auch einige Gespräche mit Unternehmen zu diesem Thema. Uns wurde der Eindruck glaubhaft erweckt, eben nicht von kleinen Startups, sondern auch von größeren Unternehmen, wurde der Eindruck dargestellt, es geht im Grunde genommen nur darum, dass der Staat hier in eine Vorlage geht und das bezahlbar macht. Weil natürlich kostet die Erzeugung dieser Kraftstoffe mehr als das Raffinerieren von Rohöl. Wir haben ja heute einen Kraftstoffpreis, der irgendwo zwischen 30 und 40 Cent tatsächlich realisiert ist. Und da sind Sie natürlich mit einem Kraftstoff, der 1 Euro kostet, nicht kompetitiv. Wird keiner kaufen. Wenn Sie aber hingehen und das über die Mineralsteuer korrigieren, zumindest in der Anfangsphase. Das heißt im Klartext, auf diese CO2-neutralen Kraftstoffe reduziert, bis gar keine Mineral- oder Energiesteuer erheben würden, dann ist das für den Kunden eine tolle Sache. Er kann in sein altes Fahrzeug diesen Kraftstoff einfüllen und er kann damit CO2-neutral sein verbrennungsmotorisch angetriebenes Fahrzeug bewegen. Das ist wie gesagt die Idee. Wir werden dazu eine Vorlage, eine Gesetzesvorlage einbringen. Wir halten das für die richtige Lösung, auch für Europa, für Deutschland. Und wir wollen im Grunde genommen damit auch die Industrie in Deutschland stärken, dass wir eben als Erste mit diesem Thema kommen wollen und gehen davon aus, dass ein Entfall der Mineralsteuer für diese synthetischen Kraftstoffe keinesfalls eine größere Belastung unseres Budgets darstellt als der Wegfall der Autoindustrie, was nämlich die Konsequenz wäre im umgekehrten Schluss. Das heißt also, natürlich ist es mehr als Null, aber es ist gegebenenfalls durch diese Electric Fuels oder Synthetic Fuels ist es sogar noch eine Win-Win-Situation für unser Land und deshalb wollen wir eigentlich dieses Thema fördern. Ich möchte nochmal darauf hinaus, was das eigentlich bedeutet. Das bedeutet im Endeffekt, dass jemand, der ein verbrennungsmotorisch angetriebenes Auto fährt, sich auch nicht mehr dem Argument aussetzen lassen muss, dass er ein Umweltsünder ist. Das ist damit komplett vom Tisch. Luftschadstoffe hat dieses Auto ja praktisch nicht mehr und CO2 erzeugen sie auch nicht mehr. Das heißt, die ganze Argumentationskette gegen den Individualverkehr aus Umweltsicht ist mit dieser regenerativ erzeugten Lösung komplett vom Tisch. Und wir halten das für ein sehr positives Signal, um unsere Industrie eben entsprechend zu stärken und gehen davon aus, dass das für unser Land summa summarum eine hervorragende Lösung ist und wundern uns ehrlich gesagt, dass erst eine Oppositionspartei so ein Thema aufbringen muss. Wir waren überrascht, das ist ja alles schon etwas älter, das ist ja nicht alles neu, das ist ja schon alles Jahre alt. Wir sind überrascht, dass es da in dieser Richtung keine politische Initiative von anderen bisher gab. Ja, das ist unsere Position dazu. Ich habe das nochmal hier zusammengefasst. Vielen Dank, Herr Spaniel. Gibt es dazu Fragen? Frau Fiewik, wenn Sie vielleicht das Mikro... Also weil Sie gerade zum Schluss auch sagten, das sei nicht neu oder das gibt es alles schon Jahre. Ich bin jetzt nicht der E-Fuel-Fachmann oder Fachfrau. Gibt es das in anderen Bundesländern, sondern in anderen Ländern, dass Sie also sagen, da werden schon gute Erfahrungen mit gemacht? Oder auf welchem Entwicklungsstand ist dieses synthetische Benzin? Also die synthetischen Kraftstoffe sind grundsätzlich eine uralte Geschichte. Das kommt ja aus der Kohleraffinerierung, das ist schon in den 20er, 30er Jahren aufgekommen. Das ist Raffinerie, Chemietechnik. Das ist kein Rocket Science, wie es immer so schön heißt. Es fehlt der politische Wille, das zu machen, weil kein anderes Land bisher die Notwendigkeit gesehen hat, das Thema CO2-Verminderung im Verkehrssektor mit finanziellem Kostenaufwand anzugehen. Wie gesagt, hat keiner bisher versucht. Wenn man das machen will, dann wäre das durchaus eine Alternative zur Elektromobilität. Und wir halten das, wie gesagt, für unser Land für die optimale Variante. Viel besser als Elektromobilität. Wie gesagt, warum hat es keiner gemacht? Relativ einfach. Es kostet etwas Geld. Aber es bedeutet eben, China hätte es machen können. Weil China hat gar kein Interesse daran, den Verbrennungsmotor zu stärken. Weil die chinesische Autoindustrie im Vergleich zur ausländischen Autoindustrie total rückständig ist, was das Thema Motorenentwicklung angeht. Diese Thematik Erhalt des Verbrennungsmotors sollte nur etwas sein für den Marktführer auf dem Gebiet der Verbrennungsmotoren. Das sind ja wir. Und wenn man das groß serientechnisch herstellt, diesen Kraftstoff, dann kann es durchaus sein, dass die Produktionskosten für diesen Kraftstoff durchaus in wettbewerbsfähige Bereiche kommen. Da gibt es Prognosen, die sagen, wenn man das mit entsprechenden Stromkosten herstellt, liegt man im Bereich von 60, 70 Cent pro Liter. Also nicht mehr so weit weg von dem heutigen Hohel. Eine grundsätzliche Frage nochmal. Der Staat ist ja kein Unternehmen. Der Staat produziert ja nichts. Der Staat stellt ja kein E-Fuel her. Wo sehen Sie da den Unterschied? Warum machen Unternehmen das nicht? Oder warum tun die das nicht, wenn der Markt da ist? Warum haben Autokonzerne kein Interesse daran, wenn sie so ihre Flotten retten können? Also was ist die Aufgabe der Politik und wo endet die Aufgabe der Politik? Weil es ist eine Marktwirtschaft. Sie können ja nicht irgendwie Unternehmen aus dem Boden stampfen, um E-Fuels herzustellen als Fraktion. Das haben Sie vollkommen richtig gesagt. Wir halten auch nichts davon, dass man technologiegebunden in die Zukunft geht. Wir reden nur davon, dass wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen wollen und das im Bundestag einbringen werden, dass diese Kraftstoffe eben sehr viel weniger bis gar nicht besteuert werden. Und das soll den Markteinreiz schaffen. Natürlich, da haben Sie vollkommen recht, ein Staat sollte eben nicht die technische Lösung vorgeben. Aber genau das macht unser Staat im Moment, indem er eine Ladeinfrastruktur für Elektroautos auf Steuerzahlerkosten finanziert und indem er auch eine Brennstoffzelleninfrastruktur finanziert. Das halten wir genau für den falschen Weg. Wir gehen davon aus, dass der Markt entscheiden muss, was eine tragfähige Lösung ist und dass Kunden sich selber frei entscheiden dürfen und natürlich auch Unternehmen sich frei entscheiden dürfen. Wie gesagt, es ist genau das Gegenteil, was gerade passiert. Der Staat finanziert im Prinzip durch staatliche Zuschüsse eine Elektroinfrastruktur, die aber die Probleme in diesem Land niemals vollständig abdecken wird und natürlich auch, wie wir denken, eine insgesamt unwirtschaftliche Lösung darstellt. Jetzt geht er wieder. Sie sprachen davon, dass die nicht begüterten Bevölkerungsschichten gerade bei den teuren Elektroautos nicht mehr zum Zug kommen, die die große Reichweite haben. Richtig verstanden? Richtig verstanden. Aber diese nicht begüterten Bevölkerungsschichten greifen doch eh eher auf Kleinwagen zurück, die das CO2-Problem gar nicht hätten. Also die kaufen sich doch keine S-Klasse von Daimler. Ich habe ja gerade eben ausgeführt, jetzt können Sie nicht begüterte Bevölkerungsschichten immer unterschiedlich definieren. Ich habe ja auch nicht von den nicht begüterten geredet. Ich habe von den weniger begüterten geredet. Es gibt ja durchaus Leute in unserem Land, die fahren ein Opel Astra oder das ist ja ein Auto der Golfklasse. Und für diese Leute wird sich das Automobil im Neukauf um wie gesagt bis zu 10.000 Euro verteuern mit diesen Vorgaben. Und ich halte das für eine drastische Erhöhung der Mobilitätskosten für diese Leute. Und das halte ich wie gesagt komplett für den falschen Weg. Und da kommt dann das Thema Fahrverbote hinzu. Und wenn Sie das alles addieren, dann werden Sie feststellen, diese Leute kommen um die Anschaffung eines Elektroautos im Prinzip nicht umher. Und es kommt noch etwas weiteres dazu, Elektroautos sind ja am Anfang gar nicht verfügbar als Gebrauchtfahrzeuge. Viele Leute kaufen sich ja durchaus ein gebrauchtes Fahrzeug. Auch weniger begütete Bevölkerungsschichten kaufen sich tendenziell eher ein größeres Auto. Wenn sie mehr Platzbedarf haben, kaufen sie eher ein größeres, aber älteres Auto. Und der Verbrauch dieser größeren, aber älteren Autos ist dann eben doch höher. Und damit steigen natürlich dann auch die Gesamtkosten. Insgesamt gehe ich davon aus, wenn das in der Größenordnung kommt, wie gesagt 2.500 bis 10.000 Euro für ein Auto der Kompaktklasse, dann werden sich viele Familien in Deutschland diese verbrennungsmotorischen Fahrzeuge nicht mehr leisten können. Und das kann nicht das Staatsziel sein. Das sollen wir verhindern. Hängt ein bisschen. Die letzte Frage, Sie schreiben in dem Zitat, dass es dann nahezu keinen Feinstaub mehr geben würde. Ich habe das immer so gelernt, dass Feinstaub nicht durch Verbrennung entsteht, sondern durch den Abrieb der Räder, durch die Bremswirkung und so weiter. Also wo ist da der Effekt? Oder habe ich das falsch verstanden? Das haben Sie richtig verstanden. Es geht hier um den verbrennungsmotorisch erzeugten Feinstaub. Der Feinstaub, den Sie ansprachen, der wird auch mit Elektromobilität immer vorhanden sein. Das ist ja kein Unterschied. Wir reden hier ja von der Alternative Synthetik-Fuels im Vergleich zu Elektrofahrzeugen. Also der Effekt ist der gleiche. Elektrofahrzeuge haben den gleichen Feinstaub-Effekt wie auch E-Fuel-Fahrzeuge. Es ist kein Unterschied. Darauf bezieht sich dann sozusagen... Das war die Intention. Ja. Ja, bitte. Also wir haben ja eine öffentliche Anhörung gehabt mit Experten. Und da hat die IG Metall das sehr wohl so formuliert. Und das bestützt sich darauf. Das kann man auch herleiten. Es ist auch keine Rocket Science. Da gibt es Studien vom VDMA. Ein Verbrennungsmotor wird heute aus ungefähr, naja, den zehnfachen Anteilen hergestellt wie ein Elektromotor. Und die manuelle Tätigkeit ist eine der Haupttätigkeiten. Das Zusammenstecken von Teilen ist eine der Haupttätigkeiten und auch extrem personalintensiv im Fahrzeugbaubereich. Und auch das ganze Herstellen von Drehteilen und, und, und. Und die ganze vorgelagerte Kette. Und das brauchen Sie alles nicht mehr, wenn Sie einen Elektromotor bauen. Sie brauchen diese manuellen Tätigkeiten der Fertigung beim Hersteller nicht mehr. Sie brauchen das nicht mehr in der Systemherstellung. Und Sie brauchen das in der vorgelagerten Kette der Drehteilererzeugung nicht mehr. Und vielen Leuten ist gar nicht klar, was da alles wegfällt. Weil es gibt diese Jobs nicht mehr. Mit einem Elektroauto haben Sie einen extrem teuren, automatisch hergestellten Energiespeicher und einen extrem simplen Elektromotor, der übrigens auch automatisiert hergestellt werden kann. Das heißt, der ganze Vorgang der Fügung und auch der Drehteilerherstellung im Vorfeldbereich, den gibt es nicht. Da wird ungern drüber geredet. Aber selbstverständlich gibt es diese Studien. Natürlich präsentiert die keiner in der Öffentlichkeit. Wenn Sie eine Studie präsentieren, wo Sie sagen, das ist das Ende meines Geschäftsmodells, dann werden Sie damit in der Öffentlichkeit nicht gut ankommen. Die IG Metall hat das, wie gesagt, analysiert. Geht davon aus, dass das tatsächlich einige Zehntausend, vielleicht Hunderttausend Arbeitsplätze kosten wird. Das ist aber nur eine grobe Schätzung. Tatsächlich kann keiner sagen, was das für einen Impact haben wird. Aber es wird einen haben. Es wird einen drastischen Impact haben. Und der liegt vor allen Dingen begründet in der unterschiedlichen Art der Fertigung dieser Komponenten. Und dann kommt noch hinzu, dass natürlich die Wertschöpfung bei der Batterie vor allen Dingen in der Zellfertigung stattfindet. Und davon redet bisher keiner, dass die in Deutschland ist. Wir reden immerhin nur von Batteriemontagefabriken. Aber auch wenn die in Deutschland ist, dann ist sie ja hochautomatisiert und nicht mehr arbeitsintensiv. Und das heißt also, diese Tätigkeiten, die gibt es nicht mehr. Und das ist ganz einfach hergeleitet. Und diese Studien gibt es sehr wohl. Da kann ich Ihnen im Nachgang auch noch Hinweise geben. Und es kam in dieser öffentlichen Anhörung auch raus, dass die IG Metall das, wie gesagt, genau so gesehen hat. Und das hat übrigens auch der Experte der Schaeffler AG das auch so gesehen. Das war also eins zu eins eine Bestätigung. Da gibt es gar kein Vertun unter Experten. Da gibt es Leute, die sagen, das ist nicht so. Aber unter den Leuten, die es wissen müssten, nämlich die Maschinenbauverbände und die Zulieferbetriebe, die haben, und auch die IG Metall, die haben da eine ganz klare Positionierung. Gibt es weitere Fragen? Ja, zwei abschließende Fragen noch. Die eine ist mir gerade entfallen. Es geht ja zum einen auch darum, dass man einen Ersatz für die endlichen fossilen Brennstoffe findet. Wo sehen Sie da die Lösung, wo die kommen könnte? Und die zweite Frage, ist Ihnen irgendein Nachteil gesundheitlicher, sonstiger Art bekannt durch die Benutzung von E-Fuels? Also der erste Punkt ist eigentlich der entscheidende, den Sie ansprechen. Es gibt ja in der AfD durchaus die Diskussion, dass wir den CO2-Effekt auf das Weltklima nicht so ganz so sehen wie der Mainstream. Das wissen Sie ja, es ist ja nichts Neues. Aber es besteht durchaus Einigkeit darüber, dass das Verbrennen von fossilen Ressourcen endlich ist. Und dass es nicht eine, wie man immer so schön sagt, nachhaltige Vorgehensweise ist, Stoffe, die in tausenden von Jahren in der Erde entstanden sind, zu verbrennen. Und da haben Sie vollkommen recht. Die Lösung ist, dass man eben auf regenerative, einerseits regenerative oder auch CO2-neutrale Lösungen kommt. Dieser Strom, wir wollen ja in Deutschland die Energiewende erreichen. Und wenn wir eine 100% regenerative Stromerzeugung haben, dann können wir ja dann die Energie regenerativ erzeugt in die Umwandlung von CO2 in Kohlenwasserstoffe ohne den Aufwand von fossilen Ressourcen verwenden. Das ist ja nicht fossil. Das ist ja einfach eine, das ist im Prinzip Erdöl, was nicht durch die Erde gegangen ist. So müssen Sie sich das vorstellen. Das hole ich entweder aus der Luft oder ich hole es aus Abgasen. Das sind die zwei Möglichkeiten, wie ich diese Synthetic Fuels herstellen kann. Das einzige, was ich dazu brauche, ist Energie. Ich brauche aber nicht mehr Energie und das haben wir auch analysiert. Wir brauchen nicht mehr Energie dafür, als wir sie brauchen, als wenn ich einen Speicher in der Stromwirtschaft habe. Im Grunde genommen ist das egal, wie rum Sie es machen. Es gibt ja momentan keine Speicherlösung für Strom. Das ist ja ein ganz anderes Thema. Aber wenn es, wenn wir tatsächlich eine regenerative Energieerzeugung, eine CO2-neutrale Energieerzeugung in Deutschland haben wollen, dann kommen wir dazu, dass man eben auch dann chemische Stoffe umsetzen kann. Und diese chemische Umsetzung ist eben die, dass ich eben Müllverbrennungsanlagen oder bestehende Kohlekraftwerke oder Industrieanlagen oder auch Air Capture. Das heißt, ich nehme tatsächlich CO2 aus der Außenduft und wandle das um in Kraftstoff. Das ist alles möglich. Wie gesagt, es sind keine Sachen, die herbeigesponnen sind, die sind momentan nicht so wirtschaftlich. Und das ist genau der Punkt, wo wir als politische Kraft ansetzen wollen. Wir wollen dem Ganzen ein Geschäftsmodell geben. Wir wollen das wirtschaftlich machen und wollen damit einen Weg aufzeigen, wie man sowohl die CO2-Vorgaben erfüllen kann und gleichzeitig aber auch die Autoindustrie und auch die Bevölkerung von der Mobilität nicht ausschließen kann und die Autoindustrie erhalten kann. Technologieoffen. Wenn trotzdem sich E-Mobilität durchsetzt, dann ist es uns an der Stelle auch egal. Wir haben Rahmenbedingungen geschaffen, die das Gesamtstaatsziel Einhaltung der CO2-Vorgaben und Erhalt der Autoindustrie ermöglichen. Wir sind aber wie gesagt da technologieoffen und natürlich geben wir hier keine Entscheidung vor. Wir wollen nur Rahmenbedingungen schaffen, dass es einen fairen Wettbewerb gibt und wir wollen weg von direkten technischen Subventionen für zum Beispiel Elektro-Tankstellen. Ich habe noch die Frage nach den... Achso, die gesundheitlichen Auswirkungen. Im Endeffekt ist es ja so, dass sie CO2 nicht als Luftschadstoff werten können und natürlich müssen wir die Luftschadstoffe bei einem Verbrennungsmotor auf ein technisch vertretbares und gesundheitlich akzeptables Minimum unterbringen. Und da sind wir ja auf einem guten Weg, das bestätigen ja auch alle weiteren technischen Analysen im Moment. Praktisch ist der Verbrennungsmotor sauber zu kriegen. Und dann gibt es durch einen Verbrennungsmotor keine weitere Beeinträchtigung der Umwelt, die nicht... Nein, es gibt keine weitere. Also ich sehe keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Vielleicht können Sie mir da auf die Sprünge helfen, mir fällt da auch nichts ein. Aber CO2 ist ja kein Schadstoff. Und wenn ich das CO2 im Kreis fahre, was ich ja mit dieser Technik mache, ich mache ja kein neues CO2. Das CO2, das zum Auspuff rauskommt, das hole ich entweder aus der Luft oder aus anderen Abgasen wieder raus. Das heißt, es gibt keine CO2-Belastung, wenn ich das so machen würde. Deshalb nein, mir fällt da nichts ein. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Tag. Ja, danke. Vielen Dank. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren. Bis zum nächsten Mal.